Das war eine Zeit von 45, 40 mit einem Parcoursfehler. Als nächstes am Start Nummer 53, Daria Kusch mit 2. Es halten sich mit drei Starten 54, 55 und 56. Wir haben auch das Camp gefühlt. Das war ja ein Wiss als nächstes im Start von 54 Susanne Berning. Aber sie läuft. Ja, ich muss mal sagen. Sie hat sie wieder rein und wieder... Genau, sie hat sie ans Laufen bekommen. Ja, super.